Hallo und herzlich willkommen bei Simba den Ridgeback. Ja, wer Simba bei Instagram folgt, der weiß, wir waren auf der Hundewiese. Und ja, war nochmal so ein richtig schöner Tag jetzt hier, Ende September. Und da habe ich natürlich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Die haue ich jetzt einfach mal hinten dran. Ich würde dann an der Stelle auf die Verabschiedung und so weiter verzichten und das jetzt einfach quasi jetzt schon mal erledigen. Und dann wird es halt einfach mal ein nicht so langes Video. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und nach den ganzen Couch-Videos und so ist es ja auch schön, immer wieder ein bisschen in Action zu sehen, denke ich. Also, viel Spaß und macht's gut. Also, viel Spaß und macht's gut. Also, viel Spaß. 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 Billy dangerous. Luego spoonful ist ein bisschen anders, also im Hintergrund oficial. Viel Spaß ersch育 assuming es ihnen nur такая, замечатель Alice. ... ... ... ... Vor allem mit den Milchzähnchen. Untertitelung des ZDF, 2020